Warum ändern die Blätter im Herbst ihre Farbe? Im Herbst werden Tage kürzer und kälter. Das Sonnenlicht ist deshalb knapp. Die Blätter können in den dunklen Tagen kein Sonnenlicht mehr einfangen. Das ist ein Signal für die Bäume. Es ist Zeit, das Blattgrün abzubauen. Die Blätter bekommen eine andere Farbe, weil das Blattgrün fehlt. Warum verliert der Baum seine Blätter? Im Herbst bereiten sich heimische Laubbaumarten auf den Winter vor. Im Winter ist der Boden gefroren, deshalb können die Wurzeln des Baumes kein Wasser aufnehmen. Der Baum verliert über die Blätter aber viel Wasser. Es verdunstet. Ein Laubbaum müsste deshalb im Winter vertrocknen. Doch der Baum schützt sich. Er entzieht seinen Blättern westliche Wasser. Sie werden deshalb braun und fallen ab. Es kann nicht mehr so viel Wasser verdunsten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017